Das Beobachten von Vögeln macht glücklich. Zumindest ist das das Ergebnis einer Studie aus dem Jahre 2021. Außerdem schärft es die Sinne und zwar sowohl Ohren als auch Augen und ist spannender als Ostereier suchen. Doch wie fängt man am besten an? Was braucht man für die Beobachtung? Wie lockt man Vögel in den heimischen Garten? Und wie kann man seine Beobachtungen sinnvoll teilen? Der Autor unseres Online-Kurses, Dr. Uwe Westphal, hat bereits zahlreiche Fachbücher geschrieben und ist einer der bekanntesten Ornithologen Deutschlands. Er nehmt euch mit auf eine Reise zu den Vogelarten im Siedlungsbereich, gibt euch Bestimmungs- und Beobachtungstipps sowie Tipps zu Nisthilfen, Fütterung und Gartengestaltung. Ihr lernt zahlreiche Arten mit ihren Merkmalen und Stimmen kennen und könnt euer Wissen in kleinen Tests selbst überprüfen. Möchtest du gleichzeitig etwas für deine Gesundheit und Entspannung tun und dich sinnvoll für die heimische Vogelwelt einsetzen? Dann beginne jetzt deine Reise in die Vogelwelt von Garten, Dorf und Stadt. Wir freuen uns auf dich!